Hallo, wie schön, dass du reinhörst hier beim Podcast Wage Mutig mit Impulsen, Insights und Interviews zu der Frage, wie du es schaffst, dir mutig ein Leben nach deinen Vorstellungen zu erschaffen, sodass du in der Rückschau sagen kannst, was eine geile Zeit. Mein Name ist Annika Seidenfaden und ich bin dein Business Coach, wenn du dich nicht mehr zufrieden geben willst mit etwas, das ganz okay ist oder mittelmäßig oder sicher, aber nicht wirklich und für dich ganz persönlich großartig ist. Hallo meine Liebe, willkommen zu einer neuen Folge von Wage Mutig und es ist so schön, dass du zuhörst, weil ich ja in dieser Folge tatsächlich ein ganz besonderes Thema habe, was in aller Munde ist und was du wahrscheinlich auch schon 50.000 Mal gehört oder gelesen hast und gefühlt spricht da gerade jeder auf Social Media drüber und in Büchern und in Podcasts und in ich weiß nicht wo. Und trotzdem, trotzdem war es mir einfach ein Bedürfnis, da tatsächlich meine Five Cents auch mal zu abzugeben. Also dir einfach mitzugeben, wie für mich in den letzten Jahren dieser Manifestationsprozess, um den so viel Bohei gemacht wird, tatsächlich funktioniert. Und ich bin ein riesengroßer Fan davon, dieses sozusagen etwas spirituelle Konzept greifbar zu machen, zu einem Step-by-Step-Prozess. Und da ist eigentlich gar nicht so viel Magie dabei, auch wenn da irgendwie immer eben so viel Trarat drum gemacht wird, sondern es ist, finde ich, eigentlich sehr, sehr, sehr hands on und down to earth. Und genau darum soll es in der heutigen Folge gehen, weil in den letzten Jahren, also insbesondere in den letzten zwei Jahren, bei mir sich so viel verändert hat, so viele Sachen passiert sind, die ich vorher nie für möglich gehalten habe. Nicht immer. Und ich bin auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich schaffe es, diesen Prozess immer und überall anzuwenden und dabei zu bleiben, weil sonst wären schon ganz viele andere Dinge auch da. Aber es gab einfach ganz, ganz viele Sachen, wo das wirklich, wirklich funktioniert hat und wo ich einfach völlig fassungslos und erstaunt darüber war. Und deswegen steckt da eigentlich so viel Magie drin, weil du, weil du im Idealfall dann irgendwann da stehst und denkst, alter Schwede, das kann, das kann doch nicht sein. Das hat jetzt wirklich funktioniert. Das hat jetzt wirklich geklappt. Es ist da. Und genau um diese Magie und wie du dahin kommst, dieser Prozess, den möchte ich dir in der heutigen Folge ein bisschen erzählen, zumindest so, wie ich manifestieren verstehe. Also insofern, lass uns starten. Genau, also der Manifestationsprozess, die Manifestationsmagie, die Manifestationsmastery, Manifestationsmasterclass, egal wie. Also nenn es jetzt einfach deine kleine Manifestationsmasterclass, die du jetzt hier einfach for free bekommst. Und ganz vorneweg tatsächlich ein Disclaimer sozusagen von meiner Seite. Das ist meine Wahrheit. Das, was ich dir hier erzähle, ist, wie ich für mich in den letzten zwei Jahren das immer mehr begreife, anwende, transformiere für mich und jeder hat da wahrscheinlich irgendwie eine andere Art und Weise. Also insofern alles das, was ich dir jetzt erzähle, nimm davon irgendwie das, was für dich passt. Nimm das, wo du das Gefühl hast, okay, das kannst du irgendwie gut integrieren. Und die Dinge, wo du vielleicht irgendwie aktuell noch das Gefühl hast und denkst, naja, weiß ich jetzt nicht. Also ob das jetzt, ob das jetzt so zu mir passt, dann lass es sozusagen erst mal. Und gleichzeitig ist es irgendwie eine Einladung an dich sozusagen, den Raum so ein bisschen aufzuhalten dafür und irgendwie einfach nur, ja, dich wahrscheinlich einfach bewusst zu fragen, warum lehnst du das gerade ab? Was ist vielleicht das dahinter? Weil eigentlich glaube ich, oder in meiner Welt sind es tatsächlich relativ universelle Weisheiten, gegen die du dich irgendwie auflehnen kannst und gegen die du sein kannst und wo du mit vermeintlich logischen Argumenten gegen anargumentierst. Und trotzdem sind sie in meiner Welt existent und da. Und entweder du erlaubst dir, in diesen Fluss zu gehen und nutzt es sozusagen für dich oder du lehnst dich halt immer wieder auf und sagst, nee, nee, also das funktioniert für mich nicht oder das ist irgendwie nicht richtig oder das ist mir zu wischiwaschi, zu wenig greifbar. Und also wenn du mir schon ein bisschen folgst und wenn du irgendwie meinen Podcast schon ein bisschen länger hörst und wenn du dir irgendwo mal durchgelesen hast, wo ich herkomme, dann weißt du ja, dass ich irgendwie als Anwältin gearbeitet habe. Und ich sage das jetzt auch nur deswegen, weil ich dir nochmal sagen möchte, ich bin jetzt nicht irgendwie, ich war nicht schon immer zwei. Und wenn du mir dieses Konzept, das, was ich dir jetzt heute erzähle, vor, ja, einfach, sagen wir mal vor zehn Jahren, einfach um ganz sicher zu, wenn du mir das vor zehn Jahren erzählt hättest, hätte ich gesagt, okay, meine Liebe, sorry, tut mir leid, nicht, aber du hast einfach einen Vogel. Das ist doch, das ist nicht meine Welt. Das kann ich nicht akzeptieren. Und und trotzdem ist es so, dass ich eben über welche Punkte auch immer in meinem Leben irgendwie an eben einen Punkt gekommen bin, wo ich mich gefragt habe, okay, da muss es doch noch eine andere Wahrheit geben. Das muss irgendwie anders funktionieren. Das kann nicht sein, dass das der Sinn ist, dass ich mich hier irgendwie immer abkämpfe und struggle und irgendwie sich das Leben einfach in so vielen Aspekten vielleicht so ein bisschen wie ein Kampf anfühlt. Sondern das muss doch anders gehen. Da muss irgendwie mehr Flow sein, mehr Leichtigkeit, mehr Freude, mehr ja, vielleicht auch wirklich, ohne dass ich das damals so formuliert hätte, ein bisschen mehr Ko-Kreation mit irgendwas anderem. Genau, so. Und und das hat mich halt sozusagen Stück für Stück dahin gebracht, dass ich immer weiter geguckt habe, immer tiefer geguckt habe, immer mehr versucht habe zu verstehen. Und ja, es mögen jetzt irgendwie sozusagen viele spirituelle Lehrer gewesen sein, viele Bücher, viele viele Sachen, die wenig greifbar sind und gleichzeitig aber eben auch so Sachen wie Bücher über Quantenphysik, über wie das eigentlich alles funktioniert, was am Ende irgendwie überbleibt, wenn du halt immer weiter reinguckst, wo es am Ende ist, ist es ja alles Energie. Also diese ganzen festen Teilchen, die wir sehen, wenn du da in den innersten Kern guckst, dann ist das alles am Ende Energie. Alles, was du siehst, was manifest ist in deinem Leben, ist in seinem Kern Energie. und alles, was du ausstrahlst, ist, du bist Energie. Alles, was du ausstrahlst, ist Energie. Deine Worte sind Energie. Deine Gedanken sind Energie. Deine Gefühle sind Energie. Wie du handelst, ist wichtig, in welcher Energie du handelst. Und und da sind wir eigentlich schon am Kern. Also für mich ist sozusagen, um da jetzt irgendwie reinzugehen in diesen Transfer, äh, in diesen Manifestationsprozess, ist, ist für mich funktioniert es so, dass der aller, allererste Schritt ist erstmal, dass du dir darüber klar wirst, was du eigentlich willst. Und das hört sich so einfach an. Und gleichzeitig stelle ich immer wieder fest, dass die meisten Menschen, inklusive mir selber auch immer mal wieder, nicht wirklich 150 Prozent für sich festlegen können, was sie denn eigentlich wollen. Und deswegen ist wirklich die allererste Frage bei allem, jeden Tag, jeden Morgen, für jede Sache, die du dich fragen darfst, ist, was willst du? Was willst du wirklich? Wie soll es sein? Wie willst du es haben? Und da darfst du tatsächlich auch irgendwie sehr, ähm, sehr konkret sein. Also, wenn es jetzt um dein Business geht, dann sag nicht einfach, ja, ich will, dass es, ähm, ich will, dass es gut läuft. Aber was ist schon, dass es gut läuft? Ist für dich gut läuft 5.000 im Monat? Ist es 10.000 im Monat? Ist es 20.000 im Monat? Ist es 50.000 im Monat? Also, was ist gut für dich? Wann wäre für dich dieser Punkt, dass du sagst, jetzt läuft es echt richtig gut? Genauso, wenn du irgendwie sagst, ja, ich hätte gerne mehr Geld. 1 Cent mehr ist mehr Geld als vorher. 10 Euro mehr als vorher ist auch mehr Geld. Aber das ist wahrscheinlich nicht das, was du im Sinn hast, wenn du sagst, du möchtest gerne mehr Geld. Wenn du sagst, ich möchte gerne glücklicher in meiner Beziehung sein, dann dir bewusst zu werden darüber, was heißt das denn für dich? Wann wärst du denn glücklicher? Was muss denn dafür erfüllt sein? Wie willst du dich denn dann anfühlen? Also, was ist sozusagen das Gefühl hinter glücklicher? Ist es geliebt? Ist es gesehen? Sind es bestimmte Gesten? Ist es mehr Quality Time? Ist es mehr Anerkennung für das, was du tust? Ist es mehr Unterstützung beim Aufbau deines Business? Ist es eine liebevolle Geste? Ist es, also was, also ich meine, du verstehst schon, was ich meine. Was ist tatsächlich das, was für dich der Maßstab dafür wäre, dass du sagen würdest, okay, jetzt bin ich glücklicher. Weil das Ding ist ja auch, wenn du nicht weißt, oder wenn du sozusagen vorher für dich nicht klar bekommen hast, was dann glücklicher heißt oder finanziell freier oder was heißt Erfolg für dich? Ist zum Beispiel auch eine mega spannende Frage, wenn du irgendwie sozusagen für dich immer sagst, ich möchte, dass mein Business erfolgreich ist. Wann ist es denn erfolgreich? Was heißt es für deine Arbeitszeit? Was heißt es für welche, mit welchen Kunden willst du arbeiten? Was heißt es für, was du inhaltlich machst? Was verdienst du dann tatsächlich? Wie ist dein Tag strukturiert? Wie ist deine Woche strukturiert? Dein Monat strukturiert? Also Erfolg ist für jeden auch was anderes. Ist es erfolgreich für dich, wenn du zum Beispiel nicht mehr aus Deutschland arbeitest, sondern so wie ich jetzt gerade, ein Teil deines Jahres irgendwo anders bist? Ich bin ja gerade in Apulien und für mich ist Teil eines erfolgreichen Business, war zum Beispiel, als ich irgendwie losgegangen bin und ist es auch nach wie vor, dass ich die Flexibilität habe, von überall zu arbeiten. Dass ich frei wählen kann, dass ich jetzt irgendwie sage, okay, ich möchte gerne vier Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen von aus Italien, aus Kroatien, aus Frankreich, aus Spanien, wo auch immer arbeiten. Das ist für mich Teil meines Business-Erfolgs, weil ich nicht gerne jeden Tag im Jahr sozusagen in der gleichen Umgebung bin. Aber es kann sein, dass es für dich eben nicht so ist. Aber deswegen ist sozusagen der erste Schritt, der wirklich wichtige Schritt ist, dir darüber bewusst zu werden und dir dann auch zu erlauben, dazu zu stehen, was das für dich bedeutet. Und eben ganz klar für dich zu definieren, was willst du? Das ist der aller, allererste Schritt. Du musst erst mal Klarheit darüber bekommen, was du willst. Weil nur so kannst du auch in diesen Kreationsmodus gehen, weil ansonsten bist du immer sozusagen, dann passiert irgendwas am Außen und dann sagst du irgendwie so, ach ja, das war ganz schön, das war ganz cool. Und dann passiert irgendwas anderes und du denkst irgendwie, ach nee, also das finde ich jetzt irgendwie nicht so gut oder so möchte ich es irgendwie nicht haben. Aber du willst ja von innen nach außen kreieren und nicht quasi von außen nach innen, also dass im Außen irgendwas passiert und dann stellst du fest, ach ja, jetzt fühlt es sich erfolgreich an, zum Beispiel. Sondern du willst ja für dich erst mal eben aus dir heraus definieren und klar haben, was heißt das für mich? Wann ist es für mich ein Business-Erfolg? Oder wann ist es für mich glücklich? Wann ist es für mich finanziell gut? So, also erster Riesen-Step. Was willst du? Und der zweite Schritt, der ist jetzt in der Tat auch sehr, sehr spannend, weil der zweite Schritt oder die zweite Phase ist sozusagen eben diese Phase, die mal mehr oder weniger lang ist, zwischen du hast definiert, was du möchtest und es ist aber noch nicht da. Also es hat sich noch nicht sozusagen in deiner 3D-Welt manifestiert. Es ist nur, in Anführungsstrichen, in dem Moment eine Idee, ein Gedanke, eine Vision, ein Wunsch in deinem Kopf. Und wer kennt's? Je länger dieser Phase ist zwischen ich habe definiert, was ich möchte und es ist aber noch nicht da, also ich kann es noch nicht sehen, greifen, schmecken, fühlen, tasten, ausgeben, anfassen, was auch immer du eben haben möchtest. Je länger diese Phase dazwischen ist, desto größer werden die Zweifel. Und desto eher bist du wahrscheinlich in diesem State von das funktioniert ja eh alles nicht, ich schmeiß das jetzt alles hin, das ist alles Humbug. Man kann halt doch nicht alles haben, das Leben ist kein Ponyhof, das funktioniert nur für andere Menschen. Ich bin halt so, ich bin nicht dafür gemacht, ich werde nie Erfolg haben, ich werde nie die Traumbeziehung haben, ich werde nie Millionärin. Also du weißt, was ich meine. Ich weiß, dass du weißt, was ich meine, weil diese Phase oder diesen Puffer sozusagen dazwischen, den hat jeder. Jeder. Und insbesondere dann, wenn du dir halt im ersten Schritt erlaubst, wirklich festzulegen, was du willst. Wo hoffentlich dein, was du willst, auch irgendwie ein bisschen stretchy ist, ein bisschen groß, ein bisschen Ausdehnung dessen, wo du jetzt gerade bist. Weil ich hoffe, dass du im ersten Schritt nicht gesagt hast, wenn jetzt zum Beispiel, wenn du dein eigenes Business hast und du verdienst jetzt mit deinem Business im Monat irgendwie, keine Ahnung was, 8000 Euro, dass du dann sagst, ja okay, ich frage jetzt nach 8000 Euro. Sondern, dass du dir halt erlaubst, zu sagen, ich fände aber 10 oder 12 oder 15 Mega. Das will ich. Weil du willst dir ja im ersten Schritt ein Ziel setzen, was für dich deine Realität verändert. weil Stillstand ist der Tod. Du willst nicht das Gleiche. Du willst schon dich irgendwie ausdehnen in Freude. Und deswegen ist ja dann sozusagen, weißt du ja auch noch nicht, wie das dann jetzt kommen kann. Weil es ist ja sozusagen außerhalb dessen, wo du dich gerade drin bewegst. Du willst ja im Zweifel irgendwas, was du jetzt gerade noch nicht hast. Zumindest die meisten Menschen. Und dieser Teil dazwischen, dieser dieser Teil, wo es darum geht, wie sehr glaubst du wirklich daran, der ist essentiell. Weil je mehr du in diesen State kommen kannst, dass du wirklich daran glaubst, dass du dass es eigentlich mehr ist als Glaube, dass es das absolute Wissen ist, dass das, was du haben willst, dass das kommt. Nochmal, je mehr du in diesem absoluten State des Vertrauens bist, in diesem totalen Wissen, dass es kommt, desto größer ist deine Energie oder desto 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 eher matcht du sozusagen das, was du in dein Leben ziehen willst. Und das äußert sich dann einfach darin, dass du dich in der Tat, dass du andere Gedanken hast, dass du deswegen andere Gefühle hast und dass du dich einfach auch anders verhältst. Und das ist tatsächlich irgendwie so ein bisschen der Knackpunkt, weil manifestieren ist nicht, dass du dich auf Sofa setzt und sagst, ich hätte jetzt gerne 10.000 Euro im Monat netto und ich schicke jetzt diesen Wunsch ab und dann verändere ich danach aber nichts. Also dann mache ich einfach genauso weiter wie bisher. Und dann machst du damit irgendwie auch nichts mit diesem Wunsch und drei Monate später oder eine Woche später oder zwei Wochen später setzt du dich dann dahin und sagst, ja, das funktioniert ja auch nicht. Also dieser ganze Manifestationsquatsch, was die da alle erzählen, also das ist ja irgendwie eine Lüge. Weil der relevante Zwischenteil ist eben, dass du in diesem Zwischenstück, wo es noch nicht da ist, darfst du dich sozusagen einschwingen in dieses Gefühl der absoluten Sicherheit, dass das, was du haben möchtest, dass das kommt. Im Englischen gibt es irgendwie diesen schönen Satz dazu, it's already done. Es ist durch. Du hast das abgeschickt, du hast irgendwie gesagt, du willst das haben. Das heißt, alles ko-kreiert mit dir jetzt gerade. Aber du musst eben auch kreieren und du kreierst darüber, dass du ganz bewusst deine Gedanken darauf ausrichtest, wie du es haben willst. Und das ist ein Inside-Job und das ist ein 24-7-Job. Und ist der immer einfach? Nein. Fällst du da mal raus? Ganz sicher. Aber es geht darum, dass du sozusagen bewusst dich immer wieder ausrichtest auf das, wie du es haben willst und nicht auf das, wie du es nicht haben willst oder was du vielleicht gerade in deiner 3D-Welt siehst. Und damit meine ich nicht, dass du sozusagen über schlechte Gefühle drüber gehen sollst und dass du irgendwie auf alles irgendwie nur den Glitzermantel legen sollst, dass du immer nur sagst, ah, ey, ich bin High-Wipe und alles ist super und geil und ich bin irgendwie voll gut und positiv drauf. Das meine ich nicht. Du darfst dir natürlich angucken, wenn du traurig bist, wenn du wütend bist, wenn du frustriert bist und du sollst das bitte, 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 bitte auch alles fühlen, weil du sollst es nicht wegdrücken. Das bringt gar nichts. Aber guck dir dann bewusst an, warum fühlst du dich denn gerade schlecht? Wieso bist du frustriert? Was hast du davor gedacht, dass du dich jetzt so frustriert fühlst? Und ist dieser Gedanke tatsächlich ein Gedanke, der dir hilft und ist das ein Gedanke, der gerechtfertigt ist? Und ist das ein Gedanke, den auch jemand über dich denken würde, der dich ganz, 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 ganz doll lieb hat. Weil im Zweifel bist du unfassbar hart mit dir und streng und hast dann irgendwie so, weißt du, so diese Gedanken, wo man das Kind mit dem Bade ausschüttet. Ich hoffe, du kennst diesen Spruch. Also wenn man irgendwie sagt, weißt du, wenn eine Sache zum Beispiel nicht funktioniert hat, sagen wir mal, du hast irgendwie, du hast einen Workshop gemacht und du hast dich da total drauf gefreut und du hast irgendwie damit gerechnet, dass der irgendwie ganz super läuft und dass dann dadurch irgendwie Kunden kommen und warst irgendwie eben in diesem State von, ja, geil, ich will irgendwie so und so viele Kunden diesen Monat generieren und deswegen mache ich jetzt den Workshop und dann wird der total super laufen und du warst in diesem ganzen positiven State und konntest es fühlen und sehen, dass das irgendwie kommt. Und dann ist der Workshop, warum auch immer, nicht ganz so gelaufen, wie du dir das vorstellst. Und was ja dann manchmal passiert ist, ist, dass du dann anfängst, dich selber zu verurteilen, dass du irgendwie sagst, oh, ganz ehrlich, ich kriege aber auch nie was auf die Kette, ich kann es einfach alles nicht, ich war noch nie ein guter Sprecher, ich kann einfach meine Message nicht rüberbringen, ich bin irgendwie nicht gut darin, Menschen zu überzeugen, die können mich gar nicht fühlen. Also weißt du, was ich meine, wenn du sozusagen anfängst, dass du nicht nur den konkreten, also dieses konkrete, den konkreten Vorfall sozusagen nimmst, also deine Masterclass, die du gemacht hast, oder deinen Workshop, sondern dann anfängst und sagst, ich war schon immer so, das ist grundsätzlich so, ich bin einfach nicht gut, ich bin nicht dafür gemacht, Erfolg zu haben, ich bin schüchtern, ich kann nicht sprechen, ich keine Ahnung. Also deswegen meinte ich gerade, dieses jetzt nicht, also fang dann nicht, guck dann genau, was sind eigentlich die Gedanken, die du denkst, und sind die gerechtfertigt, und war das wirklich immer so, oder gab es nicht auch schon ganz viele Workshops und Sachen, wo es eben gut lief, oder Situationen, wo Menschen total begeistert waren von dem, was du gemacht hast, oder hast du irgendwo mal positives Feedback bekommen, weil im Regelfall sind diese Storys, die du dir dann in dem Moment erzählst, nicht wahr. Und wenn dann da irgendeine Story ist, von der du weißt, dass du dir die immer erzählst, dann ist dein Job sozusagen, da reinzugehen und deine Inner Work zu machen und irgendwie, ja wirklich irgendwie ein Mentoring zu machen, Coaching zu machen, Emotional Release zu machen, zu atmen, zu Breathwork, was auch immer. das sozusagen dann aufzulösen. Mein Appell an dich ist nicht, dass du da drüber weggehst und einfach nur sagst, ah, alles super, und ich sehe überall nur Einhörner und irgendwie alles ist mega und ich bin immer nur gut gelaunt und so. Das ist nicht das, was ich meine. Aber du willst sozusagen bewusst, und das ist der Knackpunkt, du willst bewusst deine Gedanken, deine Gefühle und deine Handlungen ausrichten auf das, was du haben möchtest. So gut es eben geht. Also du und ich, wir sind ja alle hier menschlich und es funktioniert halt auch nicht immer gleich gut, aber so gut wie du es kannst und dabei eben liebevoll mit dir zu sein. Weil wenn du in dem absoluten Vertrauen wehrst, dass das, was du dir wünschst, kommt, wie würdest du dann rausgehen? Wie würdest du über dein Produkt erzählen? Wie selbstbewusst wärst du? Welche Preise würdest du aufrufen? Bei welchen Klienten würdest du sagen, sorry, ich glaube nicht, dass wir ein Match sind. Du bist, glaube ich, nicht meine ideale Klientin. Also auch wenn du es dann so nicht sagen musst, aber du weißt, dass ich meine, dass du für dich definierst, nee, das fühlt sich jetzt schwer an, mit der oder demjenigen zusammenzuarbeiten. Oder den und den Job möchte ich nicht annehmen, weil der führt mich eigentlich gar nicht dahin, was ich gesagt habe, was ich möchte. Also Beispiel, wenn du für dich am Anfang gesagt hast, ich möchte gerne mein eigenes Business haben. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass ich erfolgreich bin mit dem, was mein Herzensthema ist. Und ich möchte auch gerne unabhängig sein. Und ich möchte, dass da Geld fließt und so. Und dann kriegst du irgendwie ein Angebot für eine Festanstellung, die dich aber wieder davon, die sozusagen Zeit wegnimmt dafür, dass du dich ausrichtest auf dein eigenes Business, dann darfst du dich halt in dem Moment wirklich fragen, ob das jetzt die richtige Handlung ist. Es geht also tatsächlich um dieses Wort, was du wahrscheinlich auch kennst, aligned action. Und aligned, also quasi in Übereinstimmung mit dem, was du wirklich möchtest. Weil wenn du sagst, du willst das eine und dann sind deine Worte, deine Handlung, dein Tun einfach spricht eine ganz andere Sprache, dann wird es einfach schwieriger mit dem Manifestieren oder es dauert einfach wesentlich länger, weil du dann im Endeffekt wie die ganze Zeit so Umwege gehst. Und ja, also deswegen ist sozusagen dieses Mittelstück ist wirklich dieses Dich, Dich in diesen State zu bringen, an dem du wirklich, wirklich, wirklich glaubst, dass das, was du haben möchtest, für dich möglich ist und dass das kommt, und dass das sicher ist, dass das safe ist. It's already done. Du kriegst es. Es kommt. Und wie du dahin kommst, das ist eben für jeden unterschiedlich. Und es funktioniert wahrscheinlich auch jeden Tag unterschiedlich gut. Aber du darfst da einfach für dich Wege finden, wie du dich konstant in diesem State halten kannst, dass du eben quasi wie so voller Vorfreude schon, voller Erwartung auf das, was kommen wird, positive Erwartung, dein Handeln, Tun, Denken, Fühlen ausrichtest. Und für die einen ist es eben zu journalen, sich irgendwie immer ganz bewusst mit dem zu verbinden, was du irgendwie haben möchtest. Für die anderen ist es Meditation, Affirmation, dich mit Menschen zu umgeben, die ähnliche Ziele haben. Also du darfst dir sozusagen wirklich was suchen, was dein State, dein Energielevel wie auf Kurs hält. Und weißt du, also im Endeffekt wirklich so, wie wenn du eben mit deinem Schiff sozusagen irgendwo hinsegeln willst und da sind irgendwie Wellen und da ist irgendwie mal ein Sturm und du kommst vielleicht mal so ein bisschen vom Weg ab. Aber dass sozusagen dein Kompass, deine Ausrichtung, dass das im Grundsatz wirklich immer dahin geht, wo du hin willst. Und das Krasseste sozusagen ist, also die Meisterschaft eigentlich ist, die Meisterschaft ist, wenn du in dem Moment wirklich schon Dankbarkeit fühlen kannst für das, was kommt. Weil du hast es ja bestimmt auch schon mal gehört, dass jeder immer sagt, ja, Dankbarkeit ist wichtig und ist es auch. Und du kannst irgendwie zum Beispiel auch, um dich in einen guten State zu bringen, um eine gute Energie zu haben, dir eben immer wieder bewusst machen, was alles da ist, was du alles Tolles in deinem Leben hast, welche Beziehungen, welche Menschen, welche Geschenke, welche nette Umgebung, ein besonders schöner Tag, ein besonders schöner Himmel. Egal was, du kannst ja auch da eben sehr bewusst deinen Fokus ausrichten auf die Dinge, die dich eben heute hier und jetzt schon sehr glücklich machen und dafür dankbar sein. Und das hilft definitiv, damit du in einem guten State bist. Aber die Königsdisziplin ist sozusagen, dass du eigentlich jetzt schon Dankbarkeit empfindest für das, was kommt. Weil du dir so sicher bist, dass es kommt, dass du jetzt schon dankbar sein kannst. Das ist echt, das ist, glaube ich, wirklich die Meisterschaft, die Königsdisziplin. Und du kannst das ja einfach mal ausprobieren mit Sachen, wo du dich vielleicht nicht so stretchen musst. Also wenn du jetzt sozusagen von dir verlangst, jetzt schon dankbar zu sein dafür, dass du irgendwie in drei Monaten 50.000 Euro im Monat einnimmst, dann ist der Stretch vielleicht ein bisschen groß. Aber das mal auszuprobieren mit irgendwas, wo du eben schon mal fühlen kannst, dass das wirklich kommt, wo du dir sicherer bist, dass das kommt, dass du da einfach in dieses, zum Beispiel du suchst irgendwie eine schöne Wohnung, und du bist gerade auf Wohnungssuche. Und du weißt, es kann vielleicht irgendwie ein bisschen dauern, weil du musst dir ein paar Wohnungen angucken und nicht die erste wird wahrscheinlich irgendwie perfekt sein. Aber du weißt eigentlich jetzt schon, dass du natürlich eine Wohnung finden wirst, die dich total glücklich macht, die all die Kriterien erfüllt, von denen du am Anfang gesagt hast, dass du sie gerne haben möchtest im ersten Step. Und dann richtest du sozusagen alle deine Handlungen dazwischen eben darauf aus, dass diese mega geniale, coole Wohnung kommt. Die hat die richtige Deckenhöhe, die hat den richtigen Bodenbelag, die hat die richtige Anzahl Zimmer, die hat die richtige Lage, die hat den Südbalkon oder die Terrasse, die hat den Garten, die hat die schöne neue Küche, die hat das Bad mit Fenster, die Badewanne, alles das, was du irgendwie sagst, was du haben möchtest. Weil das ist eigentlich wirklich ein gutes Beispiel, weil du weißt ja zum Beispiel da, dass es so eine Wohnung gibt. Du weißt, die ist da draußen. Du musst sie nur noch finden sozusagen. Und die findest du eben darüber, dass du natürlich daran glaubst, dass du nicht vorher aufgibst und dann irgendwie bei einer Wohnung, die du nur halbherzig schön findest, sagst, ach, das klappt ja eh nicht mit meiner Traumwohnung, dann nehme ich jetzt die, die ich hier gerade habe, die mir gerade angeboten wird, obwohl die weder den Boden hat, den ich möchte, obwohl die nicht eine eingebaute Küche hat, obwohl die gar keinen Balkon hat. Das wäre ja nicht Aligned Action. Das wäre eben genau quasi frühzeitig aufzugeben, weil irgendein Teil in dir nicht zu 100 Prozent in dem Moment daran glaubt, dass diese geniale Wohnung, die du eigentlich haben möchtest, kommt. Und genauso wäre es natürlich auch kein Aligned Action, wenn du gar nicht bei EmoScout und wie sie alle heißen guckst und wenn du guckst und wenn du nicht irgendwie jedem, den du kennst, erzählst, dass du auf der Suche bist nach einer Wohnung und was du gerne haben möchtest. Und genauso wäre natürlich auch der ganze Prozess irgendwie ein bisschen verquer, wenn du dir am Anfang überhaupt gar nicht überlegen würdest, was du gerne haben möchtest und einfach jede Wohnung anguckst, um dann immer in der Wohnung zu stehen und zu sagen, ach so, ja, nee, also Linoleumboden finde ich jetzt aber nicht so cool. Also deswegen, nimm das an diesem Wohnungssuchbeispiel, diesen Prozess, dass am Anfang machst du dir darüber bewusst, was willst du haben, dazwischen, bis die Wohnung da ist, bist du aber im totalen Vertrauen, dass sie kommt und du machst einfach weiter, bis sie da ist. in dem absoluten Wissen und Vertrauen, dass sie da ist. Und bei sowas kannst du vielleicht in der Tat ganz gut irgendwie mal da reingehen und zu sagen, okay, wenn du dir doch sicher sein kannst, dass es diese Wohnung gibt und dass du sie nur noch finden musst, dann kannst du ja eigentlich heute hier und jetzt schon dankbar sein, weil du dir dann vorstellst, wie schön das ist, wenn du in dieser Küche stehst und da was Leckeres zu essen machst und wenn du dann da mit deinem Partner bist und dir ein schönes Glas Wein trinkt und wie schön der Boden ist und wie sich das anfühlt, wenn du abends nach Hause kommst und die Schuhe ausziehst und dann barfuß über den schönen Boden läufst und wie das Bad ist und wie das Licht in die Fenster fällt und wie schön das ist, wenn du morgens auf dem Balkon sitzt oder im Garten sitzt und dein Frühstück genießt, weißt du, und dann einfach ganz, ganz doll in dieses Gefühl der Dankbarkeit gehst dafür, wie schön das ist, dass das dann so sein wird und dann gibt es eigentlich gar keine andere Option, als dass es kommt, weil alles, alles, was du dir heute wünschst, ist möglich. Irgendjemand auf dieser Welt erlebt das, hat das. Es ist noch nicht in deiner Realität manifest, aber es ist eine von diesen 150.000 Möglichkeiten, die da draußen rumschwirren oder unendlichen Möglichkeiten. Dieses Universum hat alles, es hält alles bereit, alles, alles, was du heute haben möchtest, ist möglich. Es gibt eigentlich nichts, was komplett unmöglich ist. Es sei denn, du entscheidest für dich, dass es unmöglich ist. Und deswegen ist deine einzige Aufgabe, wirklich für dich zu definieren, was möchtest du haben, alles darauf auszurichten, dass es kommt und nicht die Geduld zu verlieren und nicht das Vertrauen zu verlieren und nicht den Mut zu verlieren, solange es halt noch nicht in deiner 3D-Welt greifbar ist. Und dann kommt's. Es kommt. Ja. Und das ist am Ende dann einfach der dritte Step. Es ist da. Und du feierst es wie sonst was und freust dich wie der größte Glückskeks und erkennst dich dafür an, dass du das möglich gemacht hast, dass du das in dein Leben gezogen hast und richtest dich aus auf das, was als nächstes kommt. Und so ist das mit allen Dingen. Du kannst, ich rede hier nicht nur von Parkplätzen, die auf magische Art und Weise in Hamburg auch immer zu mir kommen. Und meine Straße ist wirklich so, dass das mit den Parkplätzen echt, echt, echt beschissen ist. Entschuldige meine Wortwahl, aber es ist so. Das hat funktioniert mit Kunden, es hat funktioniert mit Geld, was ich haben wollte, es hat funktioniert mit Umsatz, es hat funktioniert mit Aufträgen, die gekommen sind, mit Häusern, die ich haben wollte, mit Erlebnissen, die ich haben wollte, mit Urlauben, die ich mir vorgestellt habe. Wirklich, die Bandbreite ist unfassbar breit. Und teilweise hat es ein bisschen länger gedauert und manchmal waren die Sachen so schnell da, dass ich echt gedacht habe, oh Gott, ich komme irgendwie selber nicht hinterher und muss jetzt erst mal dreimal tief durchatmen. Also insofern, it works. It works, it works, it works, I promise. Und insofern würde ich jetzt mal sagen, happy money-festing. Viel Freude dabei. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir irgendwie schreibst auf Social Media, was deine Erfahrungen damit sind. annikamp.seitenfaden ist mein Instagram-Account. Und ja, ich würde mich wirklich freuen, von dir zu lesen. Und möchte natürlich jetzt am Ende auch nicht missen, dir zu sagen, dass wenn dein großes Ziel ist, ein erfolgreiches Business auf die Beine zu stellen und du eben gerade in dieser Phase bist zwischen, vielleicht weißt du schon ganz genau, was du möchtest, vielleicht bist du auch da sogar noch ein bisschen unsicher. Aber nehmen wir mal an, du weißt einfach schon ganz genau, was du willst. Und es ist aber so noch nicht da. dieses Gap dazwischen, dieses Aushalten, dieses Dich ausrichten, dieses wirklich zu wissen, okay, was ist mein nächster Step, was kann ich tun, was ist sinnvoll, was, also diese wirklich mega geniale Kombination aus Strategie und deiner inneren Arbeit, damit du eben aligned bist dafür, dass das alles zu dir kommen kann, kann ich dir wirklich nur von Herzen die Soul Business Mastery ans Herz legen. Da war viel Herz jetzt dabei. Aber es ist auch wirklich mein absolutes, mein absolutes Herzensprogramm, weil da all das drinsteckt, was ich, ja, was ich in den letzten zwei Jahren gelernt habe, gemacht habe, transformiert habe und was mir dabei geholfen hat, jetzt mehrfach fünfstellige und sechsstellige Monate zu haben. Und ich wünsche mir einfach für dich, dass du das Gleiche erfährst und hast, weil ich weiß, dass es geht. Ich habe es ja selber erlebt und nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen. Und ja, deswegen, wenn du da gerade in diesem Gap sozusagen bist, mach ein Clarity Call aus, lass uns sprechen, lass uns gucken, ob wir zusammenpassen und dann lass uns zusammen ein paar Wunder, in Anführungsstrichen, auf die Beine stellen oder manifestieren. und dann noch ein paar Wunder, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.